Heute ist der 5. August und morgen am 6. August ist der Jahrestag, der Todestag von Ferded und Vordochsort, der nicht nur irgendjemand war, sondern der Iraner war, der hier in Deutschland in Bonn 1992 ermordet worden ist. Und der auch nicht nur ein einfacher Bürger war, sondern er war ein Star in dem Iran. Er hatte hier in Deutschland studiert, in München, ist dann zurück in den Iran gegangen und hat dort, weil er das hier aus Deutschland mitgebracht hat, TV-Shows gemacht und ist dort im ganzen Land berühmt geworden. Mit der Revolution musste er fliehen, so wie andere Menschen auch, die auch hier zum Teil stehen, über die Berge in der Türkei nach Deutschland und ist aber politisch aktiv geblieben, so wie wir hier auch stehen und wurde dann 1992 am 6. August in Bonn ermordet, brutal ermordet vom iranischen Geheimdienst, zerstückelt praktisch. Man sagt, dass man ihn nicht wiedererkennen konnte. Und die Bundesregierung hat das unterm Deckel gehalten. Das war damals noch der ansonsten sehr ehrenhafte Außenminister Genscher. Der wollte keinen Stress haben mit dem islamischen Regime damals und dann hat die Bundesregierung das unterm Deckel gehalten. Und deswegen singe ich jetzt ein Lied von Ferdedion Vorrufsrat. Und zwar geht es da um den Schulfreund. Ja, du darfst du nie machen. Also mein Schulfreund, was hat uns getrennt in unserem Leben, dass wir jetzt auf verschiedenen Seiten stehen. Wir haben doch dieselbe Schulbank gedrückt und haben damals die Unterdrückung der Lehrer alle mitgemacht. Ja, und was ist heute? Ja, ich bin ein Schulfreund, was hat uns getrennt. Ja, ich bin ein Schulfreund, was hat uns getrennt. Das ziedelte энергie. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK